Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die kleinsten Lebewesen unseres Planeten der Schlüssel zu unserem Überleben sind? Entdecken Sie die erstaunliche Welt der Bienen, die stillen Helden der Natur, die unermüdlich daran arbeiten, unsere Ökosysteme am Leben zu erhalten. Verpassen Sie nicht diese augenöffnende Reise. Haben Sie jemals innegehalten und an die winzigen Superhelden gedacht, die um uns herum schwirren? Ja, ich spreche von Bienen. Diese kleinen, aber mächtigen Geschöpfe spielen eine entscheidende Rolle in unserem Ökosystem. Und heute tauchen wir tief in Ihr geheimes Leben ein, um die unglaublichen Vorteile zu entdecken, die Sie für unseren Planeten und letztendlich für uns bringen. Bleiben Sie also dran, denn am Ende dieses Videos werden Sie Bienen in einem ganz neuen Licht sehen. Willkommen zurück, alle zusammen. Wenn Sie neu hier sind, vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken, damit Sie unsere Erkundungen der Wunder der Natur nie verpassen. Nun lasst uns über unsere summenden Freunde sprechen, die Bienen. Wussten Sie, dass etwa ein Drittel der Lebensmittel, die wir täglich zu uns nehmen, von der Bestäubung abhängt? Das ist richtig. Ohne Bienen wäre unsere Ernährung viel weniger vielfältig und lecker. Von den saftigen Äpfeln in Ihrer Brotdose bis hin zu den leuchtend roten Erdbeeren in Ihrem Dessert. Bienen sind für die Bestäubung vieler Lebensmittel verantwortlich, die wir lieben. Tatsächlich tragen sie zur Produktion von über 70 Nutzpflanzen bei. Darunter Mandeln, Heidelbeeren, Avocados und sogar Schokolade. Darüber kann man wirklich ins Schwärmen geraten. Aber es geht nicht nur um unser Essen. Bienen sind essentiell für die Gesundheit unserer Ökosysteme. Wenn sie von Blüte zu Blüte fliegen, helfen sie den Pflanzen sich zu vermehren und sichern so das Überleben unzähliger Arten. Dieser Prozess unterstützt nicht nur unsere Nahrungsmittelversorgung, sondern erhält auch die Artenvielfalt, die für das ökologische Gleichgewicht unerlässlich ist. Werfen wir nun einen Blick in die faszinierende Welt der Bienengesellschaften. Honigbienen leben in komplexen Völkern, die zwischen 20.000 und 80.000 Bienen umfassen können. Jede Biene hat eine bestimmte Rolle – Arbeiterinnen, Drohnen und die Königin – und alle arbeiten in perfekter Harmonie zusammen. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für die Kraft der Teamarbeit und davon können wir alle lernen. Einige von ihnen fragen sich vielleicht, was kann ich tun, um diesen winzigen Superhelden zu helfen? Nun, es ist einfacher, als sie vielleicht denken. Hier sind ein paar einfache Schritte, die sie unternehmen können, um die Bienenpopulationen direkt in ihrem Garten zu unterstützen. Als erstes pflanzen sie bienenfreundliche Blumen. Wählen sie eine Vielzahl von einheimischen Pflanzen, die zu verschiedenen Zeiten während der Saison blühen. Bienen lieben leuchtende Farben und duftende Blüten. Also füllen sie ihren Garten mit Sonnenblumen, Lavendel und Gänseblümchen, um ein Bienenparadies zu schaffen. Als nächstes vermeiden sie Pestizide. Viele chemische Pestizide sind schädlich für Bienen und andere Bestäuber. Entscheiden sie sich stattdessen für biologische Gartenmethoden. So schützen sie nicht nur unsere summenden Freunde, sondern schaffen auch eine gesündere Umwelt für sich und ihre Familie. Vergessen sie nicht, Wasserquellen bereitzustellen. Bienen brauchen Feuchtigkeit, genau wie wir. Eine flache Schale mit Wasser und ein paar Kieselsteinen, auf denen sie landen können, kann an heißen Sommertagen ein Lebensretter sein. Eine weitere wirkungsvolle Möglichkeit, Bienen zu unterstützen, ist der Kauf von Honig und Produkten aus der Region. Wenn sie sich für Produkte aus lokaler Produktion entscheiden, erhalten sie nicht nur frischere Lebensmittel, sondern unterstützen auch lokale Imker, die sich für den Erhalt gesunder Bienenpopulationen einsetzen. Und wenn sie abenteuerlustig sind, sollten sie selbst Imker werden. Die Imkerei kann ein lohnendes Hobby sein und eine fantastische Möglichkeit, zum Bienenschutz beizutragen. Außerdem kommen sie in den Genuss der süßen Früchte ihrer harten Arbeit, köstlicher Honig. Jetzt, da sie verstehen, wie wichtig Bienen für unsere Welt sind, ist es an der Zeit, aktiv zu werden. Jeder kleine Schritt trägt dazu bei, eine bienenfreundlichere Umwelt zu schaffen. Also, lasst uns zu Fürsprechern für diese winzigen Superhelden werden und ihr Überleben für kommende Generationen sichern. Vielen Dank, dass Sie mich auf dieser Reise in das geheime Leben der Bienen begleitet haben. Wenn Sie dieses Video informativ fanden, geben Sie ihm einen Daumen nach oben und teilen Sie es mit Ihren Freunden. Verbreiten wir gemeinsam die Botschaft über die Bedeutung der Bienen. Und denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal eine Biene vorbeisummen sehen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die unglaubliche Arbeit zu würdigen, die sie leistet. Bis zum nächsten Mal. Lasst uns unsere Gärten blühen und unsere Bienen summen.